Lorenzo, Lorenzo, hör damit auf! Gut, bitte, okay, dann nicht, dann werde ich eben nicht mitfahren. Bist du jetzt zufrieden? Alle in der Klasse haben gesagt, dass sie allein dahin kommen wollen. Und wie üblich bin ich der Einzige, der von seiner Mami abgeliefert wird. Basta, Schluss! Lorenzo! Warum erschreckst du mich so? Was soll der Mist? Was willst du denn noch? Komm, lass mich jetzt rein! Wieso denn? Weil ich nicht weiß, wo ich sonst pennen soll. Lass mich jetzt rein! Vergiss es! Das ist mein Versteck und ich will keinen Ärger kriegen! Hör zu, wenn du mich nicht reinlässt, dann schwöre ich dir, fange ich an zu schreien, dass der ganze Block aufwacht! Ah, okay, 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 schon gut! Was, äh, kennst du den Buddhismus? Ja, aber du bist keine Buddhistin, auf keinen Fall! Quatsch! Nein, du bist doch wütend bei jeder Kleinigkeit! Es ist doch nicht so gesund! Es ist einfach und ich weiß, dass ich nicht so einfach was! Ja, ich weiß, dass du einen Park anstикуst, Es ist einfach nicht so. Ich weiß, wie schon bei mir, es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Es ist einfach... Es ist einfach nicht so, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020